fehlt aber immer noch was scherenartiges habe ich aber hier jetzt nicht gefunden machen wir erstmal das mit dem mund und dann gucken wir weiter schwangere frau so 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 Was darf wer nicht erfahren? Ah, ich habe eine Idee. Ich muss wieder in diesen einen Raum wetten. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Wo war denn der Raum? Hier. Ich will das da reintun. Filmstreifen wählen. What? Warte mal, ist das? Nee. So? Reihenfolge schon falsch. Okay, dann kommt das hier als erstes. Ach nee. Ich bin, warte mal, dann eventuell so. Oder erst mal Buch. Dann heiraten die so, dann kriegen die ein Kind. Oder das kann auch vertauscht sein. Kacke. Was? Tja. Da haben wir den Salat, ne? Heißt das, gar keiner stimmt davon? Du kannst mir gerne einen Tipp geben. Boah, ich bin, da blicke ich. Hä? Das ist echt... Das ist echt... Zu hoch für mich. Tipp geben kannst du machen. Vielleicht... Vielleicht... Warte mal, dieses Buch... Die Reihenfolge scheint nicht zu stimmen. So bin ich fast richtig. Vielleicht kommt dieses Kind davor. Oder warte mal, das könnte ja auch vertauscht sein. Mann! Hinweis, okay. Ach so. Der Zettel. Ich bin auch los, ne? Ich gucke mir das gerade eben noch an. Gut. Affe, Buch. Dann das Kind. Okay. Affe, Buch, das Kind. Fuck, jetzt habe ich mir die letzten beiden nicht gemerkt, aber dürfte so sein. Ja. Ey, peinlich. Ich gucke es mir noch an. Lese mir das. Ich habe es mir sogar durchgelesen. Aber ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Aber danke für den Tipp. Hast du das selber schon durchgespielt oder bei irgendwem gesehen? Räume hinter Schränken mit ganz vielen Puppen drin sind nie gut. Ach so. Schere, nice. Das Material ist so fest, man... Ach so. Die Schere arbeitet alleine. Gut, Merkel. Telefon. Ja. Hallo? Ach, muss ich die Puppe vorher machen? Ich hätte es erst mal geguckt, was da ist. Aber gut, wir gehen mal... Machen wir die Puppe vorher. Ich dachte, das wäre einfach so ein kleiner Geheimgang, wo dann einfach gar nichts ist. Okay. So, da haben wir's. Ja, das sieht ein bisschen... Ach, guck mal, hier haben wir den Brunnen. Tja, wenn ich ehrlich bin, will ich da eigentlich nicht runtergehen. Schwierig. So, bin sofort am Start. Vor allen Dingen, wenn ich da so runtergehen würde, in echt, würde ich immer so ein bisschen nach hinten gucken, so, während ich laufe. Schlüsse-Sicherungs-Kasten. Okay. Ich nehme an. Ja. Ach, Digga, jetzt kommen wir nicht mit so einem Baby. Oh, das ist... Gut, hier kann ich nicht mehr rein. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Digga, was das ekelhaft ist. Was zur Hölle ist das? Digga, WTF? Boah, ich hoffe, ich muss es in diesen kleinen Raum, den ich eben gefunden hab. Muss ich da rein? Ach, ein Baby-Statue oder so. Das war ja ein ekelhaftes Viech. Was war das? Wo kommt das her? Gestört. Nee, wieso bin ich jetzt wieder hier drin? Was ist hier? Hä? 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 Erstmal speichern. Ja, nee, komm, da muss ich nicht wieder hin. Ich brauch dieses komische... Sicherungskasten. Ach so. Wo ist das Viechchen? Safe überrascht mich das gleich wieder im anderen Raum. Ah, Digga. Oh ne, jetzt so ruhig Hä? Nice Oh ne Hey, warum Warum kann ich mich hier überall verstecken? Brauche ich das? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf Boah, Junge Geh runter Ich hoffe, ich bin versteckt, ne? Nein, 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 nein Och Digga, so ein Baby-Ding oder sowas. Steh auf Digga! Jaja gut, das habe ich schon so ein klein wenig gehört. Morgen wieder von einem Baby gejagt werden, gar kein Bock. Fuck, wo muss ich denn? Ich sehe nichts mehr. Okay, denken wir nach, wo wollte ich gerade eben hin? Achso, Sicherungskasten, der war hier lang, wenn ich mich nicht täusche. Oder täusche ich mich? Kein Plan Digga. Ne ne? Ja. Oh nein Digga, es kommt. Mach die Tür auf! Nein, nein, nein Digga, mach die Tür auf! Ich will es gar nicht sehen. Digga, was ein Viech, ne? Ja. Das war's. Das war's. Das war's.